hier sind ein paar pilze wenn wir dran vorbeilaufen nehmen wir mit ne hier das auch gut dass er die auch alle mitnimmt kommen wir von daraus rüber? oh hier kriegen wir bestimmt einen Schlangenbiss gleich ok perfekt und von daraus dann rechts rüber ins Slavarnbucht bisschen was verticken machen wir ein bisschen Stuff Apotheke schnell und dann rüber auf die andere Insel mit dem Ticket das ist aber auch gemein ne für einen Tag nur unten wenn wir dann zur Apotheke gehen dann auch ein bisschen Stuff verkaufen ne an der Apotheke ja dass die ja noch ein bisschen süchtiger werden da ne das ist ja bodenlos die sind ja gar nicht süchtig die sollen doch weil dann können wir nämlich in Zukunft auch immer mit dem Bus beziehungsweise mit dem Auto zur Apotheke fahren das war richtig cool ist das hier die Brücke die repariert wurde weil die war doch immer kaputt glaube ich ne? das ist die Brücke die repariert wurde ich bin der Meinung die war früher mal kaputt ich hoffe wir haben genug Stuff mit für die Leute hier na schauen wir mal 19 Gramm 3 Gramm ok Marihuana haben wir ja gar nicht mehr viel ist da noch einer? oh das dauert nur so lange bis das weg ploppt Amy Junge ah sieh alles bingo wie siehts bei dir aus jawoll am E-Termin 4 dass er das jetzt oben auch immer anzeigt das ist ja auch nervig ne? was noch wer hier? ne wahrscheinlich doch da ist doch noch irgendwo einer ach da 6 Gramm uh ich glaube wir werden nicht hinkommen ganz also das hat er vorher auch nicht angezeigt groben immer die ganze Zeit diesen großen ne? ja der gehört nicht zu uns aber komm ja 7 Gramm oh ich meine wir müssen ja wir brauchen ja ja das ist Lawanbucht hm äh warte mal so morgen 9 Uhr ich hasse das hier ne? das ist so ein blödes Durchkommen hier bei dir ist auch alles bingo? sehr schön sehr schön wie läuft LS? wie läuft... oh der nimmt uns die ganze Marihuana weg ei 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 wie läuft LS? Amy oh der ist natürlich gemein hier ne? wartet die da unten auch? achso ne das ist ja hier ok ähm 7 Gramm ja kann ich ihn auch wegficken? scheiße ok dann machen wir den der nicht da hab ich gar keinen Marihuana mehr? nö krass ach keiner ich hab ne Marihuana geht weg 3 Gramm Pilze die sind aber noch dreckig hier ne? äh oh scheiße wir müssen unbedingt ganz viele Pilze machen ganz viele Pilze brauchen wir ganz viele Pilze brauchen wir pfff pfff hallo? 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 du bist hier Amphitamin 6 amphitamin 6 sooo dann haben wir da oben und gönn und hier rum pf naja wink mal die lieber doch nicht mitnehmen sonst verpulvern wir das bei denen vier Amphetamin wir gucken uns den jetzt hier noch an und denken oh oh das war knapp das sollte erstmal ich meine die anderen sind jetzt egal da war jetzt zwei mit marioana bei oder drei eine mit pilzen sogar noch es wäre noch der hier glaube ich ne den ich gucken könnte jetzt am vitamin okay der will kann auch noch und die anderen drei gingen nicht mehr okay wo ist eigentlich unsere karre da oben okay ist hier eine bushaltestelle ja egal da gehen wir dann rüber zur karre und den können wir oben im dschungel noch zwei drei sachen verteilen wenn wir noch zwei drei sachen haben dann stellen wir wieder ein bisschen was her dass wir wieder aufgestockt sind sammeln die gelder alle ein fahren schnell zur apotheke und dann gehen wir mit dem ticket rüber marioana genau okay das klingt nach dem plan kommen war hier rüber naja die martha hat nämlich auch schon wieder nichts martha ich komme dann gucken dann noch ein paar kleinen einbruch mache ich nachher starten oder so und gucken david da 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 moment das letzte ist von von januar und das rechte von der woche so auto gehen wir mal hier lang hier wächst sowas ja auch schon gesehen also darauf geachtet ach so das waren die von der markieren könnte oder wenn das angezeigt werden würde wenn man eine halle schon aufgebrochen hat das wäre super wenn man wüsste wo man schon drin war hallo streamer unterhalte mich dafür bin ich nicht zuständig ok gehen wir hier mal hoch warum jetzt so viele 5 gramm wo steht die denn hier hallo in jedem stehen glaube ich nicht mehr nee ach hier zwei ja komm hier haste 5 3 gramm einfach gratis gekriegt kira tanzt 6 gramm so haben wir alle durch glaube ich glaube ich oder war noch nie okay alles klar ist hier zur bank 1,6 zack 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 2,1 140.000 nehmen wir uns wieder mit koffer raum können wir den ok perfekt so einmal nach da ja ah ne das macht ja doch müssen wir müssen wir wir müssen ja zur Apotheke wir kriegen ja da drüben haben wir ja auch noch eine Apotheke dann ne also haben wir denn zwei Apotheken wo wir einkaufen können und ich hoffe dass wir hier wirklich schleunigst weil wir haben ja hier auch irgendwie noch keine Influencer ne wir haben hier ein das ist die Kira wir haben hier wir haben hier wir haben überall einen Influencer außer hier das ist ja ich glaube die die Herzen sind keine Influencer ne weiß ich ob das schon kommen hätte müssen oder ob das noch kommt man weiß es nicht man weiß es nicht man weiß es nicht wir verticken da einfach mal ein bisschen was auf der Straße ne vielleicht kommt sie ja irgendwann denn wenn wir da ein bisschen mehr verticken dass wir hier die Parkplätze mal freikriegen dass wir hier auch mal endlich parken können würde viel leichter hier ist die Apotheke das ist einfach das wichtigste die Apotheke ich habe nämlich noch ganz starken Husten meine Liebe ich habe ganz starken Husten ich brauche 35 mal Hustensaft und von mir aus auch zweimal FH3 auch wenn es Arschteuer ist und Ethanol hat man glaube ich den ganzen Arsch voll ne ich habe immer trotzdem was mit und hier von mir aus noch 5 was wir haben, haben wir ähm ähm nimm 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 gerade mal war das hier oh da unten am Strand will ich mal ganz kurz mal ganz kurz können wir hier ja nicht sprechen ne äh kleine Insel weg aus der Weinbucht ja we'll surely work this out äh ein Transporter in die Hauptstadt tatsächlich kann ich das aber ich muss das Boot die Papiere und so weiter vorbereiten du müsstest mich bezahlen damit ich anfangen kann 400.000 okay alles klar wissen wir schon mal Bescheid er kann uns auf jeden Fall äh rüberbringen mit bisschen Stuff aber das könnten wir doch theoretisch auch ne wenn wir irgendwann große Boote haben na schmeckt der Jolly ne zieht ihr auch mal dran oder naja hast du auch länger was von ne wenn du nicht so oft dran ziehst na gut das Slavanbucht okay so Hustensaft haben wir hier kommen wir gar nicht hier müssen wir hoch ne Hustensaft haben wir gehst du immer über den Strand und begutachtest Leute ja also eigentlich mach ich das denn schon wenn nicht am Strand bin regelmäßig ja tatsächlich ja ja ich hock mich immer ohne etwas zu sagen vor die vor den hin und guck die an so nach einer Minute gehe ich weg und mache äh kann man natürlich machen ja 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 Menschen sind zwar scheiße aber trotzdem irgendwie interessant um sie zu beobachten und zu lästern achso hier 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 Slavanenbucht ja deswegen auch auf die Füße kotzen bevor man geht genau ja gerade am Strand da haben sie halt auch nichts andern ne den ganzen Fön drauf da ja geil so was 3 Gramm Amphetamin ok hey Boss I'm here so da sind wir kleiner Wetter jetzt müssen wir erstmal diese ganze scheiß Flaschen hier irgendwie loswerden ne so ein paar so die haben wir schon mal drin Dschungel ansehen geändert auf 4 das ist gut Schokolade extrahieren 30 machen wir äh haben wir noch was? haben wir Kakaopulver? nö äh die Köppe hier packen wir hierin die Köppe waren nicht hatten wir das nicht hier? äh Pilze trocknen wir trocknen wir hier drin ne nicht so viel äh 25 und hier äh machen wir äh äh ah was? ah scheiße äh ok packen wir den Rest hier rein so äh was brauchen wir am dringendsten äh so gut geht eigentlich alles ne machen wir erstmal hier äh jod ah siehste warte drauf pass auf wir schmeißen das kurz an weil wir brauchen ja auch dringend wieder jod ne warte warte ok so haben wir so war ja halt alles leer ne? mussten wir ja alles wieder von vorne machen das wäre verpfiffen so und da haben wir noch die machen wir die machen wir und den so das ticket machen wir mal hier runter da runter ok den holen wir schnell jod noch von da drüben dann machen wir uns ordentlich da fertig füllen unsere Leute wieder auf und dann mit dem Ticket rüber und wenn wir schon drüben sind können wir natürlich auch direkt da zur Apotheke einmal warte 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 Vielen Dank.